Ja moin Leute, Servus und herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es zwei Sportwetten für den Morgen Montag geben, die ich dir zeigen möchte. Kurzer Rückblick auf den Samstag Dortmund im Halftime, Fulltime und Athletico Madrid im Direktsieg kam beides sehr, sehr ordentlich. Gut, dafür war Cambridge falsch und RB Leipzig falsch, hat sich sozusagen wieder ausgeglichen das Ganze. Und am Sonntag habe ich ja ein neues System angekündigt, das hat schon halbwegs gut funktioniert. Und zwar habe ich unter den Kommentaren die zwei Tipps gepostet und der Tipp mit den meisten Upvotes wird im Endeffekt angespielt. Und das war in dem Fall der AS Monaco Tipp hier gegen Lyon im asiatischen Handicap. Schauen wir mal, wie das Ganze so verläuft, wenn ihr im Endeffekt das Ganze mit entscheidet. So haben wir halt einfach mehr Expertisen und mehr Meinungen in der Sache mit drin. Ansonsten werden wir das Ganze in diesem Video wieder so machen. Ich präsentiere euch jetzt mal die zwei Tipps. Ihr findet das Ganze dann wieder in den Kommentaren und könnt das Ganze dann upvoten. Da habt ihr auch einen Einblick davon, was so die Mehrheit im Endeffekt sieht. Der erste Tipp, den ich als sinnvoll erachte, ist am Montag, den 3. Mai, Burnley gegen West Ham United. West Ham United spielt eine sehr, sehr ordentliche Saison. Zuletzt gab es zwei Niederlagen, okay. Eine war gegen Chelsea. Ich glaube, gegen Chelsea kann man mal verlieren. Das ist jetzt auch schon ein Stück weit her. Und dann gab es noch eine Niederlage gegen Newcastle mit 3 zu 2. Aber davor sah das alles sehr, sehr ordentlich aus. Burnley zuletzt mit einem 4 zu 0 Ausrufezeichen gegen die Wolverhampton Wanderers. Wobei man hier sagen muss, sie spielen keine sehr, sehr gute Saison. Sind lediglich auf Platz 12, soweit ich das jetzt noch im Kopf habe. Davor gab es sehr, sehr viele Niederlagen hier am Stück gegen Everton haben sie noch gewonnen. Also mal ab und an landen sie mal in Überraschungssieg, wo man eigentlich nicht so sonderlich mit rechnet. West Ham United trotzdem hier auf Platz 5, während Burnley auf Platz 16 ist. Nach 33 Spielen bin ich der Meinung, dass man hier schon einen ordentlichen Unterschied dann in der Qualität erkennen kann. Über so einen langen Zeitraum Burnley hier mit lediglich 9 Siegen in 33 Spielen ist für mich jetzt nicht sonderlich berauschend stark. Gerade wenn wir uns die Heimtabelle von Burnley anschauen, da haben sie in lediglich 16, also lediglich 4 Siege in 16 Heimspielen geholt und auch nur 13 Tore geschossen. Insgesamt haben sie auch eine sehr, sehr schwache Offensive mit 30 Toren, was wirklich nicht sonderlich gut ist. Ansonsten, ja, Formtabelle sieht ungefähr gleich aus. West Ham ist da, glaube ich, zwei Plätze höher. Ich würde hier den Direktsieg für West Ham United anspielen. Wir haben hier mit den verbesserten Quoten hier eine 2,38-0-Quote. Schwierig, ja, entweder den Direktsieg hier anspielen, weil da habt ihr die vorzeitige Auszahlung. Auszahlung gegebenenfalls, wenn das Spiel 0-0 ausgeht oder bei einer 2-0-Führung oder 2-Tore-Führung bekommt ihr halt im Endeffekt dann gleich das Spiel als gewonnen angezeigt. Und ja, das muss jeder selbst entscheiden. 2-Tore-Führung glaube ich nicht und ich glaube auch nicht, dass 0-0 ausgeht. Dahingehend würde ich die 2,38-0-Quote hier im Endeffekt mitnehmen. Und ansonsten schauen wir in der 1. Bundesliga noch vorbei. Dort gibt es ein Nachholspiel, müsste das sein, und zwar Mainz 0-5 gegen Hertha BSC Berlin. Hertha natürlich jetzt ein bisschen wieder gefangen, 2-2 gegen Gladbach. Ja, haben sie gedreht, soweit ich mich zurückerinnern kann, waren 2-0 hinten. 1-1 gegen Union Berlin. Derbys gehen meistens unentschieden aus und gegen schwaches Leverkusen. Ich glaube, da wurde dann auch der Trainer entlassen, soweit ich weiß. Ja, gab es ein 3-0. Trotzdem möchte ich gar nicht schmälern. Aber wenn man sich natürlich die Gesamtsaison von Hertha so ein Stück weit anschaut, dann haben wir hier den Tabellen 17. Hertha, die jetzt mittlerweile schon länger dort unten rumkrebseln. Und Mainz, wenn wir uns Mainz 0-5 mal anschauen, ich sage es seit Anfang der Saison, die sind nicht so schlecht. Und da schauen wir einfach mal in die Rückrundentabelle rein. Und zwar haben wir in der Rückrundentabelle bei Mainz hier 13 Spiele. Ihnen fehlt also noch ein Spiel. Das heißt, sie könnten tatsächlich sogar in der Rückrundentabelle RB Leipzig hier auf Platz 2 verdrängen, was natürlich schon ordentlich wäre. Sie haben Bayern München zuletzt zum Beispiel geschlagen. Und ich sage von Anfang an, Mainz ist nicht so schlecht. Ihr Hauptproblem war in der Defensive. Da haben sie einfach ordentliche Böcke geschossen, sage ich mal. Und mein Tipp hier wäre jetzt, dass Mainz 0-5 dieses Spiel nicht verliert. Es wird natürlich sicherlich ein enges Spiel. Aber hierfür gibt es eine 1,725-0-Quote noch. Ich werde die zwei Tipps unter die Kommentare schreiben. Ihr, wie gesagt, gerne abvoten. Ansonsten entscheide ich mich für einen Tipp. Nehme das Ganze mit in die Statistik auf. Und ansonsten wäre es das mit dem Video schon gewesen. Lass gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der Kanal wachsen würde. So wie über ein Like für das Video würde mich auch freuen, für den Algorithmus. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Tippen. Ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Kann nur noch sagen, hau rein und ciao. Ich weiß, wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao. ir